Mein Name ist Florian Parzer. Ich bin technischer Leiter des Oscar Racing Teams. Ich studiere jetzt Hightech Manufacturing im vierten Semester an der FH Campus Wien und ich zeige euch heute unser Auto. Das ist unser aktuellstes Auto, der AC A120. Da war ich eigentlich nur bei der Fertigung dabei. Ich bin im zweiten Jahr und bin trotzdem schon technischer Leiter. Das heißt, bei uns kann sehr schnell jeder eigentlich jede Position annehmen. Wir legen starken Wert auf interdisziplinäres Arbeiten. Das heißt, wir nehmen aus jedem Zivortment eigentlich Leute, wenn sie eben eine nötige Motivation mitbringen. Ja, ich freue mich auf euch. Bei uns wird geschweißt, geschraubt, gedreht. Rennautos fasziniert mich eigentlich, dass sie in gewisser Weise die komplette Industrie vorantreiben. Technik ist etwas, was der Mensch für sich gebaut hat. Jede Technik dient im Prinzip jedem Menschen.